Der heutige Tag ist ein Tag der Anerkennung und der Wertschätzung für die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die während 47 Jahren das Kernkraftwerk sicher und zuverlässig betrieben haben. Ich danke Ihnen allen sehr. Der Tag steht aber auch als eines der Symbole für die Transformation der BKW-Gruppe, eine Transformation in Richtung eines Energie- und Infrastrukturdienstleisters. Vielen Dank.